Oh, Chat, jetzt geht's los als Survivor. Eieiei. Oh mein Gott. S. S.I.S. kommt schon. Wisst ihr, wie lange das her ist, als ich das letzte Mal wieder Survivor gespielt habe? 20 Jahre. Oh, guck mal, der ist hier schon durchgerauscht. Uuuuh. Ja, im Zeugnis steht eh kein Minus, aber ein Minus ist fast, äh, ne? Ein, ein Punkt, hättest, wärst du um einen Punkt schlechter, wärst du auf eine 3 gerutscht. Also nicht so toll. Es sieht nicht so aus, als würde ihn jemand retten. Oh. Verdammt. Woher wusste er das? Woher? Woher wusste er das? Scheiße, Mann. Ich glaube, er hatte mich gesehen. Ach, okay, sie läuft schon ein. Machen wir da den Gent weiter. 20 Jahre, so lange lebst du doch noch nicht mehr. Ich bin 32. Hallo? Natürlich. Und wenn das ein guter Spieler ist, dann muss ich vorsichtig sein. Weil, wenn er den Kinder beherrscht, wird's hart. Wenn man ihn beherrscht, ne? Oh. Ach, Chad, nächstes Wochenende. Also am Freitag schon. Freitag, Samstag, Sonntag. Und Montag, muss ich mal gucken, habe ich sozusagen sturmfrei. Also ich werde mir jetzt keinen großartigen Plan für streamen oder sowas irgendwie ausdenken, sondern ich werde wahrscheinlich einfach nur streamen und zocken. Und mal gucken, wie lange. Nee, roter springen darf ich nicht. Sonst, ja, der Kader wird ja auf jeden Fall gleich vorbeikommen. Ja. Psst, run, baby, run. Oh, ich hab dich gesehen. Ey, lass uns mal zusammen den Gin machen. Das ist doch, er wäre gut. Ah, zuerst das hier. Was ändert das sturmfrei? Voiceblood. Das bedeutet, dass meine Freundinheit in dem Moment nicht da ist. Das heißt, I'm the only one at home. You know what I mean? So I can stream a play the whole day. Boah, warum ist die Palette hier unten auf dem Boden? Darf nicht. Boah, eine super Palette ist das. Wirklich. Ach, hier, die steht noch. Das ist auch eine der geilsten Paletten. Ja, wenn meine Freundin da ist, verbringe ich Zeit mit meiner Freundin. Deswegen streame ich so gut wie tagsüber gar nicht. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Dass ich tagsüber fast gar nicht streame? Nö. Nö. Autsch. Bin ich so unsichtbar? Ei, ei, ei. Das tat schon wie. Ey, das war schon förmlich ignoriert, Alter. Der hat mich übelst ignoriert. Das, das, das... Warum? Äh. Warum habe ich es abbekommen? Ich bin noch nicht mehr rüber gelaufen. Genau. Warte ich mal auf dem Weg dort hin. Danke. Warum habe ich es abbekommen? Ich bin noch nicht mehr rüber gelaufen. Oh, oh. Das wusste ich gar nicht, dass er das kann, das ist mir neu, oh oh, runter, das musste ich machen, Chat, okay, ich muss an Wild gewinnen, ich brauche eine gewisse Distanz, er darf er nicht, we don't deserve it, schmeiß ein paar Müllbeten in deine Wunde und alles ist gut, jemand hat sich im Schrank versteckt, er passt zum Namen, ich ziehe den durch, ich ziehe den durch Chat, genau, aufmachen, das sah gerade ein bisschen komisch aus, als hätte er sich so ein bisschen weggeportet, es wäre so krass geslidet. Okay, nein, warum? Ich mache das schon, ich mache das, wie mache ich denn nochmal hier, da, oh, nein, 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 du lässt dich direkt in die Arme, oh mein, ach so, es stimmt, Boro Time, habe ich ganz vergessen, habe ich ganz vergessen, ich habe hier Boro Time, so, da läuft ja die ganze Zeit wieder ein Pudding, gehe ich zum anderen Ausgang, komm, du kannst jetzt, ja, dann nehme ich halt den anderen, das ist mir doch scheißegal, ah, da hinten ist er, wenn er halt nur da bleiben möchte, das ist in Ordnung, nehme ich halt den hier, oh, scheiße, Mann, ah, nein, los, komm, run, run, hey, du schaffst das, easy going, nimm die Beine in der Hand und lauf, wie er lief. Oh, klar.